Von Herz zu Herz. Weißt du eigentlich, dass Jesus dich liebt? Weißt du eigentlich, wie wertvoll du für ihn bist? Weißt du eigentlich, dass er dich geschaffen hat, durch seine Hände und alles in dich hineingelegt hat, was dich ausmacht? Weißt du eigentlich, dass er jede Sekunde deines Lebens an deiner Seite ist? Ganz einfach, weil er dich liebt und dir nah sein will. Weißt du eigentlich, dass er für dich gestorben ist, weil du sterben solltest und er das nicht ertragen konnte? Komm zu Jesus, lauf in seine Arme und bring ihm deinen Schmerz. Bei ihm kannst du dich bergen. Er schützt dich. Er will dich erquicken, deine Sehnsucht stillen. Jesus ist die Quelle des Lebens. Er ist die Quelle des Lebens. Vielen Dank.